Herzlich Willkommen zu einem neuen Video und heute geht es mal um etwas anderes, denn ich bin mehr oder weniger auf eure Hilfe angewiesen, denn ich habe mir überlegt als ein neues Projekt eine Episode von Funny Moments in LDOE zu machen und alleine das Material zu sammeln ist wirklich sehr schwierig, weil es wirklich dem Zufall überlassen ist, ob man zufällig mal was entdeckt, was irgendwie auf irgendeine Art und Weise lustig ist und dann natürlich sollte man auch in der Lage sein das Ganze aufzunehmen. Und da ich da alleine sehr viele Schwierigkeiten habe, weil ich nun mal nicht immer solche Funny Moments zufällig finde, bin ich da auf euch angewiesen und wollte euch vielleicht mal fragen oder euch darum bitten, falls ihr irgendwie Funny Moments habt, dann ab in die Beschreibung, dort auf den Link und in der E-Mail mir zuschicken, weil alleine wie gesagt schaffe ich das wirklich nicht und das würde sonst wirklich sehr sehr lange dauern. Deswegen, falls ihr irgendwie Funny Moments habt in LDOE, dann könnt ihr das über diese E-Mail mir schicken und dann bastle ich dort eine Folge draus, weil alleine das würde sonst wirklich viel zu lange dauern. Deswegen dachte ich mir, wende ich mich mal an euch, vielleicht könnt ihr mir da ja ein bisschen weiterhelfen. Speziell dieser Folge, ich will jetzt natürlich auch nicht damit erreichen, dass jetzt irgendwelche Leute hier ständig nach irgendwelchen Bugs suchen, die in irgendeiner Hinsicht lustig sind, sondern es ist wirklich nur zufällig, weil ich habe jetzt auch keine Lust, irgendjemanden die Arbeit für mich aufzudrücken. Ich bin natürlich selber auch am Suchen nach irgendwelchen Funny Moments in LDOE für diese Folge, aber es ist wie gesagt halt nur dazu da, damit ihr mir vielleicht auch da ein bisschen unter die Arme greift, damit das Ganze natürlich auch ein bisschen schneller verwirklicht wird. Also wie gesagt, in der Beschreibung ist die E-Mail, an die ihr das ganze Zeug senden könnt. Diese E-Mail ist allgemein für die Community, das heißt, dort könnt ihr auch irgendwelche privaten Fragen stellen, die jetzt nicht unbedingt in den Kommentaren für jeden zu lesen sein sollten. Und ja, dann bedanke ich mich schon mal im Voraus für diejenigen, die mir da vielleicht ein bisschen Material schicken. Apropos Material, es geht vollkommen klar, wenn es GIFs sind, das können Videos sein, das können aber auch Bilder sein. Also rund um das Thema LDOE Funny Moments, ich lasse mich einfach von euch überraschen, was ihr mir so schickt. Und dann bedanke ich mich schon mal im Voraus und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.